loki hast du das nicht gehört wo wir gezockt haben am sonntag hast du nicht drauf geachtet ja juli war richtig aufgeregt ich war pitch nass so gut wann die stimme dazu ja so süß wie so ein kleiner hund halt wie das dir vorstellst aber hinten die schlange sieht pervers aus das ist um was hätten wir das ist der proxie ich habe eine belohne hier ja dann ist es wirklich support oder arachnus support und loki ad carry oder was loki ist hier er wird euch richtig nerven naja er wird den jobber nerven nicht mich ja mit cabraken ist am anfang echt schlimm ne aber ich hab grad mit der wave bisschen verkackt viel damage gefressen stabilität stabilität ich habe mir noch ein hp oder so schade 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 bei der schade dass auch die rekrutiert zu haben, das find ich gut. Das passiert mir in Rank Games einfach oft, dass die einfach drauf scheißen. Jaja, ich weiß was du meinst. Die outrotieren dich einfach und dein Mitleiner gammelt noch irgendwo anders. Boah, ich weiß nicht. Für Whisky, oder? Ja, die auch noch falsch. Wreckt. Vor allem, der hat halt auch kaum noch Leben, ne, der Jobber. Jo, ich hab meinen Blue schon gemacht, ge? Ja, jo. Obwohl, ich bin ja so der Leer, eigentlich kann ich den nicht alleine machen. Ne, ich denk auch. Erster Level 20. Ja. Und Voll-Build erst. Dann. Wir hätten halt Top-Build machen können, und dann, wenn ich den Ball abholt habe. Ich bin ja so der Leer. 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 Ich habe hier drin. Es ist kein Alzheimer. Ich bin ja so der Leer. Das ist keine anderen. Also der Leer. Ich bin ja so der Leer. Das war's für heute. Da läuft grad ein Lead, das ist übel laut, ich versteh dich grad ganz schlecht. Ich hab auch Ulti. Aber die sind halt so Tower-Gammler. Vielleicht sollten wir sie helfen. Warum ist die Zilla jedes Mal so low-life als wenn sie aus dem Tower kommt? Die fickt ja die bitte. Oh, Ulti-Gemister, sie ist auch tot. Oh, die ist glaubt tot in der Mitte. Der Chabba spielt übel aggressiv. Ja und die Zilla darf ja umso passiver. Ich hab keine Ahnung, was die grad gegen den Nadine ist. Die ist auch Level 6, Alter, warum? Koi plan. Äh, Arachne ist auf der Sulu. Ja, den Beats, Alter. Der hat den Blue-Arts gemacht, ja. Den hab ich gemacht. Den hat sie nicht gemacht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Aber warum bin ich auch so krass unterlevelt, Alter? Ich mach doch alles gerade. Genauso wie vorhin, Alter. Versteh ich nicht. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich nehm jedes Camp mit, Alter. Und bin trotzdem schweiler wie behind. Ich mach nur was finden. Na gut, aber ich bin ja jetzt auch auf dem Planer. Ja, wahrscheinlich auch deswegen. Ja, ja. Ich hab jetzt Zeit verloren. Ja, gegen Arachne. Alles klar. Ja. Auch gegen Balloon auch. Ja. Guck, was die Autobest du holen. Aber endlich hat die Filler den Meister holt. Fuck. Schermi, willst du deinen Speed machen? Ja, ja. Ich brauch die kompletten FC. Aber du kannst sie. Ich wollte das mit dir zusammen machen. Allein krieg ich das auch gar nicht. Nein. Die sind weg. Alter, kann die halt mal roten, Alter. Die geht nur auf den Kasten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Safe. Und dann links. Ja, aber die schon wieder volles Leben. Wenn sie vorm Tower gammelt, kannst du sie holen. Ich versteh' ich nicht, Alter. Ich bin so hart gegen den Merlin verlierst. Ich kapier's wirklich nicht. Wieso, Digga? Merlin ist schon gut. Ja. Ja, aber so hart. Ich hab noch keinen Merlin, der mich so krass gepokt hat mit Scylla. Weil du mit Scylla selber auch poken kannst. Ah, Digga. Aber gut, vielleicht trifft der dich auch. Ein guter Merlin ist schon nervig ohne Witz. Ja, ja. Das ist schon klar. Aber eine gute Scylla ist genauso nervig. Vor allem Scylla hast du... Ja, du hast null... Null Lane-Clear am Anfang. Im Gegensatz zu Merlin. Ha, hab ich allein hingekriegt. Ja. Hä, warum ultet der nicht? Wer? Ich! So weiß ich nicht. Ich drück' hier 50.000 an meine Ulti und nichts passiert. Junge. Okay. Komm, da ist ein Blue-Buff. Oh, ja. Treats! Das ist so ein geiler Skipp. Ja. Mach's dir. Ich hab ja Meins da unten. Danke. Bitte. Okay. Aber das nächste Mal gehört zu mir. Hast du verstanden? Ja. Mach's dir. Backen platzen. Hast du nichts zu sagen, Juli. Alter, hättest du das genommen? Willst du dir nochmal ganken? Ja. Oh, da ist ein Loki. Okay. Chill. Oh, die kommen alle zu uns. Bist du auch auf dem Weg zufällig? Ja, aber es hat keine Ulti. Okay. Aber ich bin da. Ich hab noch Ulti. Okay, Arachne. Keine Ahnung, was du denkst. Du denkst, du kannst hier einfach reinlaufen. Ich hast da und sie ist tot. Oh, okay. Ich bin tot. Loll. Bam. Mein Schummi kickte mich. No, du hast mich kippet mich verloren. Nice Ulti. Meike. Nein. Das war weiter. Das war Meike. Da steht mein Name auf dem Boden. Ja. Obwohl, Dinger. Lass kurz Pyro fetzt. Äh, Loki ist noch hier? Ja, der soll kommen. Ja, das Level auch. Was die faken? Okay, scheiß drauf. Mach Pyro. Ja. Ist das meine 1, ey? No. Ey. Ey. Ich hab wieder aufgeholt. Nice. Mhm. Blinker Bracken, okay? Ist sie. Julia? Ja, was? Ich hab hier was für die Single Spray. Jetzt kommt's. Cool. Geil, oder? Vandalismus nennt man das. Ja. Aber das ist unsere Seite. Das ist gegen das Gesetz. Rechts. Oh, Partiate. Warte. Ja. Ich hab Ulti, aber ich hab kaum den. Ich bin da. Jetzt gibt's Tode. Geil. Nice Ulti, Bob. Geh den unten. Da kommt ein Loki, Diggy. Ich bleib bei dir. Okay, der Loki will nicht. Wir sind zu dritt. Und ich hab ein Ulti. Ich hätt gedacht, der kommt trotzdem rein. Mhm. Guck mal, der läuft da. Der läuft fast dick. Bei dem Tiber. Okay, dann stirbt ebenso. Boah, gut. Gold Fury, Gold Fury. Ich hab aber kaum noch Leben. Ich kann tanken. Komm, komm, komm. Ja, komm. Hier geht auch schnell. Attack, okay. Get your left out. Die rechts. Die rechts. Die rechts. Mhm. Sean, bleib. The way I like it. Haha. Schöp, guck mal. Ich bin voll Poli auf Rot of Toad. Die Dig. Uff. Ja. Das ist Stabil. Das ist Stabil. Das ist Stabil. Ja. Scylla kriegt schon da Fresse. Hm, ich merk's. Ja, die ist halt echt. Und auch, ey. Da konnte ich nichts machen. Der war zu schnell tot. Die Artemis ist vom Level genau wie ich. Wie oft ist die gestorben? Ich hab keine Ahnung. Die ist nur einmal gestorben. Wie kann es sein, dass die käme? Ja, aber Jule hat die ganzen Assists jetzt gerade gekriegt. Ich habe zwei Assists bekommen. Ja, du hast alle Assists bekommen bis jetzt. Sind die noch da? Nein. Ich habe einen Lucky gesehen. Guck mal, wie viel... Wie viel Gold hast du hier? Das sind 600 Gold mehr als die. Ciao, Bruder. Der hat so aus dem Maul bekommen gerade. Oh, wen sehen denn meine Augen hier? Ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich will was haben davon. Meins. Okay, ich back mal. Die sind links. Zilla ist alleine. Nein, ich bin da. Arachne kommt. Digga, wie viel Leben machst du noch? Fünf? Zehn. Weil die Zilla die ganze Zeit in mir drinsteht, Alter. Man macht sie dann Autohits, wo man nah dran stehen muss, Alter. Warum steht sie in mir, Alter? Ich muss die ganze Zeit in mir umlaufen, Alter. Vielleicht wollte ich sie Bodyblocken, bitte ich. What the fuck? Ja, hat sie. Mich. Alter, what the fuck? Okay, dann wollte sie wohl, dass du stirbst. Ja, ich denk auf. Alter, das war richtig knapp, Alter. Oh, Mann, Alter. Loki. 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 Der Arme. Also, ich wäre ja für Fire Giant. No. Ich wäre auch für den Dicken. Merli. Bei Mer sagt, der Attack of Fire Giant, dann fähigst du also für den Wurmshund. Stopp'em. Okay, hast du irgendwie recht. Aber ich habe Merli gesehen, Digger. Und da ging es bei mir durch. Links ist Belohner. Ja, bis die kommt. Wenn sie noch da ist, können wir sie killen. Oh, Arachne. Arachne, Röppi. Okay, Jule back. Scheiß drauf. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ah, okay. Warum nicht so gut? Ah gut, die hat aber nicht. Wenig, gerade zu verdienen. Okay. Da ist mein Blue-Buff. Mein Blue-Buff. Wieso immer das gleiche mit dir? Mein Blue-Buff. Ja, nimm. Ich brauche den. Ich habe es dir aber gegeben. Also, sonst hätte ich es genommen. Ja, genau. Ja, ja, ich habe es dir erlaubt. Hm, genau. Guten Abend. Ein. Abend. War nicht viel bei dir, Shami? Auch nicht. Ja, dann zwei Zocken, ne. Na, Logo. Und du? Müsst du nicht arbeiten? Rainbow Six, oder was? Was kaufe ich? So. Rainbow Six hat ein Update bekommen, 65,5 Gigabyte. Warte, ich höre nichts, weil Heidek meint, seine Mikrofon-Lautstärke muss bei 500 Prozent sein. Ich kann auch mein Mikrofon weiter wegkommen. Nee, ich habe dich leiser gemacht, alles gut. Musst du doch nicht mehr rauslasten, alle. Die waren jetzt alle links. Ich würde sagen, wir machen kurz mal Uni. Weil links gibt es eh nichts, Alter, scheißegal. Ja, ich spiele jetzt Minecraft. Was? Raus mit dir. Raus mit den Viech, Heidek. Heidek, was ist los bei dir? Ja, Rainbow Six hat ein Scheiß-Update bekommen, 65,5 Gigabyte. Dein Ernst? Wollen die, dass die Leute das noch spielen, oder? Golf ist feuer, habe ich kein Bock. Und wie fühlt ihr, dass man das Spiel muss, ich update, aber habe ich keine Lust drauf. Ich habe kein Bock auf Minecraft. Digga, wieso? Minecraft macht doch so viel Spaß. Nein. Äh, Smilzone kann ich auch nicht. Weil ich das Update nebenbei mache. Und dann habe ich Legs ohne Ende. Das ist doch fast kein Update, eigentlich. Oh mein Gott. Poli hat den zerstört, Alter. Dein Poli hat den gefickt. Der hat den Full-Life-Bump. Bump, weg. Einfach, einfach weg. Der hat, Alter. Aber es gibt halt bloß so, Kebracken und Kukulkan finde ich Poli am schlimmsten. Ja, übel. Ich weiß nicht, das finde ich so gut. Ah, Silla auch, Digga, Silla auch. Silla mit ihr da einst dann, weißt du? Ja gut, ja. Wie ist denn Job los, Digga? Was? Sie sind Job los? Ja. Wow. Da war ein Loki. Er war da. Irgendwo. Ja, er war da irgendwo. Und er hat mich gesnackt, als ich schon halb tot war. So ein Punkt. Was kaufe ich? Ich kann grad nicht gucken. Klingt gut. Ist mir weg. Wer bist du überhaupt? Zaboros. Achso. Dann war ja kein Titan-Spain, hä? Ja, Hartiger. Hartiger. Ich verbeleid. Ich verbeleid. Ich verbeleid. Ich verbeleid. Ich verbeleid. Ja. Dann, ich lass euch mal alleine. Ja, Heidi. Hau alleine. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Danke. Okay, Freunde. Ich hab ja Sorry- Warte, genau. Sie ist ja Erachter- hat dein Sanger gemacht. Die Bitch. Bitch. Ich trag zwei Worts seit Minute zwei bei mir. Ich hab jetzt 391 Power. Stabil. Ich hab 560 Magic-Vorals. Ja, ist doch okay. Ich brauch mehr, Digga. Ich brauch mehr. Ich hab ja noch ein Defense-Item. Ich find das Ding ist gar nicht so schlecht. Welches? Pride-Win. Pride-Win? Ja, Pride-Win auf Tor ist ganz leise. Ja, auf Tor ist es nice an sich. Du stehst ja eh an dem dran. Eben. Deine Kombi. Ich find das ganz gut, dass sie so ein bisschen cool dann. Da mussten wir nicht jöttern sollen. Ich kann halt wirklich komplett einmal Hartz-Dickers noch picken. Haha. Junge. Okay, jetzt haben sie wieder aber gepickt. Ja, keine Wars, ne? Ich bin stand da alleine. Oh, was, Digga? Ich will jetzt aber auslasten. Äh, Loki-Ulti down. Okay. Ja, Loki-Ulti ist down. Braucht noch mehr Movement-Speed. Was hol ich mir denn noch? Hm. Aaron died. Ah, die Oberkäpp ist mein Crew da, ne? 10, 20, 10. Scheiße, egal. Es gibt nie genug Cooldown. Bei Aaron died habe ich jetzt öfters gesehen, aber... Die Ölmüde beviselt, die sind nicht kassiert. Habt ihr ein Wort? Ja. Ja. Könnt ihr die auch platzieren oder? Ich bin gerade gestorben, Bro. Ich kann gerade gar nichts platzieren. Okay. Okay. Also, gleich rammt ein Zug auf Loki zu. Oh, wenn ihr den Link noch kurz vor schaltet. Alter, der Schaden! Ich geh mal auf den Titan. Ich geh einfach auf den Titan. Ja. Ich versteh nicht, warum die nicht aufgeben. Komm. Zeiten! Das hat gekleppt nochmal. Die Bilyla ist noch fast gestorben, also. Wie viel Leben hattest du noch? Ne, die Bilyla ist noch fast gestorben. Achso. Ja. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fckt euch! 김� Untertitelung des ZDF, 2020